Die Aktienmärkte vor allem an der Wall Street sind nach wie vor im Euphorie-Modus, aber droht heute ein Rückschlag, weil es schlichtweg zu wenig Impfstoff gibt. Das zumindest ist eine Meldung, die vielleicht das Geschehen heute an den Aktienmärkten bestimmen wird, nämlich eine Meldung von Pfizer, respektive übermittelt durch die Washington Post. Demnach hat Pfizer im Spätsommer der Trump-Administration angeboten, ihr könntet eine größere Menge an Impfdosen reservieren. Die Trump-Administration hat gesagt, nein, lass es mal stecken. Und jetzt ist es so, dass Pfizer sagt, also sorry, wir können jetzt nur eine bestimmte Anzahl von Impfdosen bis Ende Juni liefern an die USA, weil andere Länder sich eben bestimmte Kontingente gesichert haben. Das ist das Problem und das bedeutet, dass bis Ende Juni eben dieser Impfstoff, den die Amerikaner sich jetzt reserviert haben, nur für 50 Millionen Amerikaner reichen würde. Also um und bei nicht mal ein Sechstel der amerikanischen Bevölkerung. Und das würde wiederum bedeuten, dass die ganze Corona-Krise sich noch ein wenig hinziehen wird, die ja von den Aktienmärkten ein Stück weit schon als beendet erklärt wurde, bevor sie zu Ende ist. Man verteilt also das Fell des Bären, bevor man überhaupt den Bären schon hat. Aber sei es drum, das ist sozusagen jetzt das Thema, das möglicherweise heute ein entscheidender Trigger wird für eine überfällige Korrektur von überhitzten amerikanischen Aktienindizes. Der DAX ist ja ohnehin schwächer und steigt seit einigen Tagen nicht mehr. Heute beginnt übrigens die Impfung V-Day in UK. Die Briten und die Johnson-Regierung, die haben das ganze Problem ja jetzt zunächst mal nicht ernst genommen. Dann wurde Johnson selber krank durch Corona. Dann hat er seinen Mindset geändert, könnte man sagen. Und jetzt ist man gleich an erster Stelle bei denjenigen, die impfen werden. Also da ist natürlich von einer wirklich nachhaltigen Prüfung, ob diese Impfung gefahrlos ist, gar keine Rede. Gleichwohl wird jetzt heute dann auch erste Meldungen kommen in Sachen Impfstoffzulassung in den USA. Am Donnerstag wird sich da die Kommission treffen, die dann zuständig ist für die Zulassung des Impfstoffs. Möglicherweise werden wir dann am Wochenende auch in den USA die Zulassung bekommen. Das könnte natürlich wieder für eine Zwischenrallye sorgen. Oh, wir haben positive Daten zu dem Impfstoff. Dann feiern wir die Meldung das siebte Mal hintereinander. Wenn wir uns mal die Lage in den USA anschauen, dann ist die eben so. Ich hatte das schon thematisiert. Ich schiebe es mal, glaube ich, hier ein bisschen rauf, diese Grafik, damit Sie das dann besser sehen. Jedenfalls ist die Lage so, dass wir vor allem in den Trump-affinen Gebieten im Süden wie auch im Mittleren Westen jetzt eine deutlich gestiegene Zahl haben an Todesfällen. Wir haben nach wie vor sehr, sehr hohe Zahlen. Jetzt dürfte dann bald dieser Thanksgiving-Effekt noch dazukommen. Also das ist jetzt im Prinzip dieses Schizophrene, was ich gestern im Markenflüster erwähnt hatte, dass wir auf der einen Seite eine riesen Zukunftshoffnung haben, auf der anderen Seite aber absehbar jetzt vor einer sehr schwierigen Situation stehen. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, sondern eben auch in den USA. Und wenn wir uns jetzt der Politik mal zuwenden in den USA, dann sehen wir, es gibt natürlich wieder Grund für Optimismus in Sachen Stimulus. So hat es zum Beispiel der Führer der Republikaner im Senat, Mitch McConnel, gesagt. Ich bin optimistisch, dass wir einen Deal bekommen, aber ich weiß nicht genau, wie wir da hinkommen. Also es ist scheinbar noch ein weiter Weg. Schumer, sein demokratischer Kontrahent, hat gesagt, ja, McConnell ist irgendwie nicht bereit, hier Kompromisse zu machen, also die ganze Geschichte dürfte uns hier weiter noch beschäftigen. Das ist wichtig, weniger für die Wall Street als für die Main Street, also für die normalen Leute, denn ein Viertel der Amerikaner könnten jetzt demnächst ein Problem bekommen. Es gibt diese Mortgage-Forbearance, diese Student-Loan-Forbearance. Das heißt, dass man im Prinzip diese Dinge nicht zurückzahlen muss, dass man von Konsequenzen befreit ist, wenn man Rückzahlungen für Studentenkredite, für Hypothekenkredite nicht leisten kann. Das wird jetzt enden, zu Ende des Jahres. Da muss in irgendeiner Form eine Regelung her, sonst werden wir da ein richtiges Problem kriegen, das sogar sich zu einer Finanzkrise ausweiten kann, wie Barron's hier formuliert. Wir sehen zum Beispiel auch im Gastro-Bereich jetzt in den USA, da sind über 110.000 Restaurants geschlossen worden, permanently, also dauerhaft. Das sind 17%, 87% dieser Restaurants melden einen durchschnittlichen Umsatzverlust von 36%. Mehr als die Hälfte sagen, wir haben höhere Arbeitskosten aufgrund der Pandemie, eben Hygienestandards etc. Man muss viel mehr Aufwand betreiben und mehr als die Hälfte, nämlich 58%, erwartet in den nächsten Wochen weitere Entlassungen. Also da sehen wir, wie die Situation ist. Anders ist die Situation an den Aktienmärkten. Hier die Wall Street alleine 5,2 Billionen an Marktkapitalisierung hinzugewonnen, bei gleichzeitig 5 Millionen mehr Arbeitslosen. Das passt natürlich hervorragend zusammen, das bringt diese Divergenz zwischen der Realwirtschaft und der Fantasie der Finanzmärkte ein bisschen zusammen. Jetzt muss man in Sachen US-Politik zunächst mal die Vermeidung oder muss sie vermeiden, dass jetzt die Regierung wieder schließen muss, dass Regierungsbehörden in einem Shutdown geschlossen werden, weil das Geld ausgeht. Jetzt muss man also hier eine neue Regelung finden, wahrscheinlich eine Stop-Gap-Build, sozusagen eine temporäre Anhebung der Schuldenobergrenze. Auch das wird dann wahrscheinlich nur temporär sein. Also die US-Abgeordneten haben jetzt zwei Dinge zu regeln. Einmal den Government Shutdown zu verhindern und auf der anderen Seite muss irgendwann ein Corona-Paket, Hilfspaket her. Sonst wird es schwierig. Die Aktienmärkte, die sind davon unbeeindruckt, Valuation never so high with rates so low. Also trotzdem wir jetzt natürlich niedrigste Zinsen haben, völlig klar, die natürlich eine andere Situation darstellen als in anderen Zeiten, wo die Zinsen eben höher sind und damit etwa Anleihen eine Alternative sind, ist dennoch die Bewertung der Aktienmärkte extrem hoch, wie hier anhand verschiedener Parameter errechnet. Und das kommt beispielhaft zum Ausdruck gestern bei Tesla. Jetzt hatte Tesla eine Marktkapitalisierung von 609 Milliarden. Damit ist man mehr wert als Volkswagen, Audi, Daimler, General Motors, BMW, Ferrari, Honda, Ford, Fiat, Chrysler, Peugeot, Porsche zusammen. Die sind nämlich zusammen nur 589 Milliarden Dollar wert. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber Tesla verkauft ja wahnsinnig viele Autos. Hier sehen Sie die Statistik der 10 am meisten verkauften Elektronikautos oder elektrischen Autos. Da ist die Nummer 1 der VW ID.3. Dann Renault Zoe, Hyundai, Mercedes etc. etc. Da taucht also Tesla nicht unter den ersten 10 auf. Was für ein Zufall. Also wir sehen, da ist sehr, sehr viel Fantasie natürlich noch drin, dass Tesla dann die große Nummer wird, weil man eben dann die Datenhoheit hat, weil praktisch ja diese Autos total elektronisch sind und man sozusagen mit diesen Daten natürlich Geld verdienen kann. Das können die anderen aber auch. Und die anderen verkaufen eben jetzt mehr und mehr Autos, während Tesla eben nicht so wahnsinnig viel mehr Autos verkauft. Heute jetzt übrigens, habe ich noch gesehen, eine Meldung, dass es einen Rodungsstopp gab für die Gigafactory in Berlin. Das wird nochmal einen Rückschlag bringen, offenkundig für Tesla, denn die bisherigen Baugenehmigungen sind ja nur begrenzt und nicht komplett. Also das wird noch lustig. Wir haben jetzt insgesamt, so hat Goldman Sachs gesagt, ja, eine sehr ausgedehnte Positionierung an den Märkten. Long Positionierung. Positions are very stretched, so hat es Goldman Sachs bezeichnet. Wir sind in den obersten Perzentilen. Kurzziel 3.700 Punkte ist abgearbeitet. Das war ja das, was wir am Freitag noch erreicht hatten. Gestern ja leicht negative Märkte überwiegend. Die Hedgefunds sind all in. Wir sehen hier das Hedgefund Exposure. Höher als auf dem Hochpunkt von 2017. Wir sehen die Shortquote derzeit an S&P-Aktien so gering wie seit 2004 nicht mehr. Hier sehen wir mal den gestrigen Tag. Da sehen wir, naja, es ist ein gemixtes Bild gewesen. Energie gestern verloren, Financials leicht verloren. Also die Gewinner der zuletzigen Rotation waren etwas schwächer, während Information Technology stärker war, deshalb auch der Nasdaq stärker. Jetzt sehen wir auch die Nikkei leicht im Minus und das, obwohl die Japans Regierung jetzt noch mal ein 700 Milliarden Stimulus-Paket hier auspacken will. Das soll kommen. Wie gesagt, hat dem Nikkei jetzt nicht so wahnsinnig geholfen. Interessantes gibt es aus China zu vermelden. Da sehen wir ja, dass Dollar-Juan fällt. Also der Yuan zum Dollar immer mehr aufwertet. Und wir sehen interessanterweise, dass China jetzt seine Devisenreserven aufgestockt hat. Das ist ja ein Prozess, der lange gegenteilig der Fall war. Da wurden die Devisenreserven immer geringer, weil eben der Yuan gestützt werden musste. Jetzt ist es so, dass man offenkundig Dollars kauft, um eben den Yuan nicht zu stark werden zu lassen. Das ist eine interessante Umkehrung, die auch ein bisschen etwas auf den Punkt bringt über das Stärke- und Schwäche-Verhältnis zwischen den beiden. Und wir sehen das ewige Brexit-Drama. Jetzt soll die Deadline Mittwoch sein, also morgen. Aber Boris Johnson hat gesagt, er reist nach Brüssel, um sich mit von der Leyen zu treffen in den nächsten Tagen. Wenn am Mittwoch die Deadline ist, was heißt dann die Aussage in den nächsten Tagen? Das ist die große Frage. Sehr, sehr merkwürdig. Übrigens jetzt in Sachen US-Wahlen nochmal. Georgia hat nochmal die Wahl zertifiziert. Damit wird es für Trump immer schwieriger, das Geschehen noch zu drehen. Gestern ein sehr merkwürdiges Bild. Da ist er bei der Verleihung einer Ehrenmedaille an irgendwen. Ich kenne diesen Mann nicht. Und wirkt total apathisch. Und dann fragen die Anwesenden, ja was kommt jetzt? Fragen an Trump. Der sagt einfach nichts, sondern dreht sich um und geht raus. Also ein wirklich seltsames Verhalten. Möglicherweise ist jetzt auch Trump klar geworden, dass die ganze Geschichte nicht mehr zu drehen ist. Auch wenn viele Trumpisten das wohl nach wie vor glauben werden. Wir werden sehen. Ich will nicht schimpfen. Aber es ist vielleicht doch manchmal besser, irgendwie die Realität dann doch zur Kenntnis zu nehmen. Und nicht immer zu glauben, da kommt jetzt noch das große Koninchen aus dem Hut gezaubert. Das ist unwahrscheinlich. Am nächsten Montag ist Electoral College. Da wird es sich dann wohl endgültig entscheiden. Ich wünsche jetzt erstmal das allerbeste und sage Servus und Ciao.